Läuft? Läuft. Ja, du musst mir sagen, ob es läuft. Läuft? Ja, gut. Jetzt läuft. Halt die Kamera auf mich. Halt die auf mich. Breaking News. In diesem Keller hier, wo wir jetzt untergehen, da sollte sich Schreckliches zugeeignet haben. Ich traue mich nicht runter, aber das tun wir alles für unser Publikum. Ja. Das Licht wurde repariert. Zum Glück. Was wird uns erwarten? So. Der Todeskiller, auch genannt. So. So. Was sollte sich hier geeignet haben? Da sieht man schon, schwingt mir ja der Geschenk hier rüber. Da sieht man schon die Blutspuren. Da kann man nur ahnen, was da passiert ist. Kratzspuren, auch ganz deutlich zu erkennen. Jetzt wird auf mich kommen. Du, wofür bezahle ich dich? So. Da sollte sich das ereignet haben. Spannend. Nee, das ist, äh, schwingt mir rüber. Schwingt rüber. Los, meine Güte. Bezahle ich dich hier. Abschwerband. Ja, und und. Oh, da drüben. Ja, halt da drauf. Erstmal mich im Bild. So. Und zwar sind wir hier im Keller des Todes. Wir wissen nicht, was hier passiert ist. Die Polizei schweigt noch. Und wir trauen uns jetzt mal runter und gucken uns die Sache an. Komm, schwingt mal. Ach so, was ist da an? Auch Blut? Oh, verschmiertes Blut. Was ist da? Beweis? Ach so, Beweis. Okay, Nummer zwei. Drei Beweise gibt es. Nee, vier da hinten. Ah, da, da wurde... Ah, da hinten vier. Mach mal da hinten rüber. Da ist drei. Ah, hier ist vier. Patronenhülse. Nur eine Patronenhülse. Und eine Waffe. Oh Mann, was ist hier passiert? Er konnte wohl, er hat bestimmt einen Schuss abgefeuert, dann war die Waffe leer. Und dann... Da sieht man auch noch was hier. Ich weiß nicht, was es ist. Blaue Splitter, Glassplitter. Was ist da passiert? Da ist irgendwas passiert, auf jeden Fall. Die Kelle des Todes, das macht... Das macht mir Angst. Ich höre immer Geräufe, immer noch. Obwohl es Tagsüber ist. Ich glaube, wir gehen wieder raus. Los, lass uns raus. Mir ist unheimlich bei der Sache. Unheimlich. Ganz unheimlich. Und hier ist nicht abgesperrt. Es wird immer unheimlich, ja. Also. Ich fängt nochmal hier. Ich fängt nochmal auf die Blutsporen. Ganz klar erkennen, dass es Blut. Hänzenblut. Und die Kratzer. Was ist hier passiert? Wir wissen es nicht. Ich fängt nochmal auf mich, du Idiot. Bezahl ich dich. Also wie gesagt, wir... 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 Ich kann es nicht in Wort fassen. Also... Äh... Was ist da denn? Was hat da ausgehört? Hallo? Ist da wer? Also egal. Ist mir scheißegal. Wir sind jetzt weg. Wir tun viel für euch Zuschauerarbeit. Das ist mir zu riskant, ja. Also wir sehen uns wieder im nächsten Breaking Video. Und ihr wisst Bescheid. Bleibt dran. Euer Hans. Schnell hoch. Komm, 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 komm. Komm, schnell ab. Komm, 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 komm.